und jetzt schon kein bock drauf ich kann jetzt schon sagen was das wird ja das wird ein buch von uns so lange bis wir zwei millionen von diesem fall schützen haben ein sehr spannendes spiel das lukas noch eine tür ich suche alles auf der nächsten zeit kann ich schon mal dorfzentrum bauen ich bringe grad paar zieken zu mir also ich meine die dich anlocken die wegrennen mässi mässi Noch ne Kuh? Noch ne Kuh? Wichtig! Messy So, hatten der eine schon so viele Punkte, ich verstehe das nicht. Nein, nein, ich bin gleich geblockt. Du bist gleich geblockt. Ich bin doch schon geblockt. Ich bin gleich geblockt. Ey, der Flecken. Der Flecken. Ich werde angegriffen. Und? Mein Speer hat kaputt gemacht. Der Typ? Ja, oder? Crazy. Weißt du, dass wir keine großen Wälder hier haben, sondern nur diese kleinen Pisswälder überall? Guck mal da. Da, da. Wir haben ein Amigo! Amigo! Is he? Is he? Was ist hier, Fliegen? Hm 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 So, machen wir jetzt nochmal mit dem Kasianischen mal Viel Spaß Bist schon auf dem Weg ins Zweite? Äh, jetzt ja Okay Na los, beweg dich Ich jetzt auch Boah geil, gleich direkt im Dorfzentrum zweites bauen Na ja, kannst du Hm 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 So, so Das ist nicht witzig. Nicht? Nein. Das ist nicht so funny, Fresh. Das ist nicht so dumm. Ich schaue. Junge, wie lange dauert es da, ein Zentrum zu bauen? Ewig. Ah, okay, ich kann nur ein zweites bauen, ein drittes geht nicht. Naja. Muss voll weit laufen, um zu diesem Wald da unten hinzukommen. Hm. Klasse, wie viele Punkte mehr du hast. Hast du schon Einheiten gebaut oder so? Ja, zwei. Ja, das ist eigentlich entsprechendstechnisch nicht so viel. Hm. Ich würde mich verarschen. Ich habe so keinen Bock auf diese Briten-Scheiße. Ja, wie viele Punkte die mehr haben als wir. Ja, ja. Es wird wieder so ein ekliges Game. Ja, die, also so viele Punkte wir sie haben, ganz ehrlich, die pushen uns gleich. Ja, das ist safe. Die nehmen wir uns gleich komplett aus. Ja, der hat gerade gescoated. Ja. 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 Ja, ich bin tot. Echt? Ja. Na klar, dass er mich pusht. Ja, solche Leute. Digga, das ist so nervig, ne? Wollen wir liefen? Warte mal. Der macht ja erstmal nur meine Golds zuvor kaputt. Der macht ja erstmal nur meine Golds zuvor kaputt. ach jetzt kommen doch ich kann das nicht mehr was ich bin gelb ich habe die zu dir gestellt nein das geräusch dann ziehe ich meine pikiniere zurück ja 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 Vọng có Thảo Dân Dân Phu Thảo Dân sinh vợ Ja Vọng có Thảo Dân Ja Vọng có Thảo Dân Ja Vọng có Thảo Dân meinem gesicht ja schon marktplatz diese scheiße erst mal verteidigen schmiede marktplatz aber schwierig muss sich erst die er ist erst mal die andere geboren und muss das sein das jetzt mal ehrlich na er schließlich wieder an ja mit schützen ja ja und fackt einfach mal auf jetzt bitte ja ich bin auch schon dabei aber so ich greife ihn jetzt an echt ja und mein erster marktkarren steht schon bei dir und wartet bis du was hast ab zum blauen er hat das schon der burg bei mir stehen ja wie lange diese noch schon lange im dritten natürlich ich habe 29 leute für ding snow wie heißt das 29 leute von nahrung ich habe nahrungsproblem ich habe nahrung ich habe nahrung marktplatz steht dann baue ich die schnellen marktplatz ich bin bedankt ein mensch denn solche nahrungsprobleme haben ich verstehe es nicht 30 leute dafür ihre warte Ey! Geht angegriffen? Wo? Den Baumschützen In der Base bei mir Vier Stück Okay Ich glaube der checkt gerade ab, was wir so haben Ja, ich werde gleich antworten Ich gehe gerade ins Vierter Okay, nice Ja, ich will Triebocker haben Ja, ich will Triebocker haben Geht Ich werde angegriffen Ja Ne, Digga Ganz schlechter Zeitpunkt Ganz schlechter Zeitpunkt Oh nein Triebocker Da kommt eine ganze Menge von denen, ne? Triebocker macht alles kaputt Mein Triebocker Allerbesten Schütz ist fertig Triebocker kann ich nicht antworten Na, ich... was? Ich bin tot Da kommt zu viel Ja, ich bin auf dem Weg Ich bin wieder diese ganze Kacke dahin gemacht Ja Ja, er greift mich so ein Kroko-Ding an Hast du Einheiten? Ja, ich komme, ich bin gerade da Okay Angriff? Ja, ich bin dabei Fikiniere, Digga Fikiniere, Digga Fikiniere, sowas Fikiniere, Digga Du kriegst die Leute nicht tot? Nein, es sind zu viele Ich meine, er heilt die Gegend so What the fuck? Was ist das für eine Taktik? Lame Lame Ey, komm, wir die spielten Mh Ja, bist raus schon? Ja, ich bin schon rausgehen Macht ja keinen Sinn Guck mal, was du auch noch nachguckst